Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Wir sind hier am Eingang zum Dings, zum Grab Ja, wir waren ja hier am Lagerfeuer, waren ja stehen geblieben Da vorne müssen wir nämlich dann durch, ja So, jetzt will ich aber nochmal gucken War hier noch irgendwas, was wir hier machen konnten? Konnten wir da noch was machen? Verbesserungen waren, glaube ich, nicht möglich, ne? Verbesserungen hatten wir nicht mehr, weil Da hat uns wahrscheinlich dann jetzt Material gefehlt, ne? Wie viel brauchen wir denn? Wir bräuchten mindestens 300 Mindestens 300 bräuchten wir Hier, auf der können wir, die haben wir schon voll gemacht Okay, alles klar, was ist das hier? Ja, wir gucken mal hier 450, 300, also wie gesagt Mindestens bräuchten wir 300 300 Werkungsgut bräuchten wir Okay, Freunde Würde ich sagen, wir machen mal weiter, ne? Wir machen mal weiter, damit wir das Grab hier auch fertig bekommen So, was haben wir denn hier? Oh 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 Okay Ähm Ja Ja Ja, ja Okay, zack Alles klar, dann müssten wir das so machen Aha Okay, 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 okay Warte mal, jetzt gucke ich erstmal hier schnell Haben wir hier irgendwas? Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai Okay Oh, da hinten ist, glaube ich, dann auch Ne, ist das auch irgendwas so in der Art? Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung So, warte mal, wie komme ich denn dann wieder hier hoch? Ah, okay Dann komme ich hier wieder so hoch Alles klar So, warte Müssen wir wahrscheinlich hier dran springen So, hier, komm, da hoch Alles klar So, seht ihr? Müssen wir nämlich hier so hin Aha Aha Okay Ähm, warte mal Jetzt müssen wir mal gucken Jetzt müssen wir mal gucken Ähm Ja, das ist natürlich doof, ne? Ich habe schon wieder alles vergessen Okay, warte Wenn ich jetzt das hier anzünde Oh, und das hier anzünde Und das hier anzünde Oh, okay Dann ist natürlich scheiße, ne? Okay, warte So Okay, warte mal Was gibt es da drüben? Gibt es da irgendwas zu holen? Mal ganz, ganz kurz gucken Gibt es hier irgendwas? Kann ich hier irgendwas machen oder so? Ne, ne? Da kann ich nichts machen Alles klar Okay, einmal zurück bitte Einmal bitte nach da oben Ja So, dann einmal hier dran So Alles klärchen So, und dann kommen wir nämlich Wegen jetzt hier nach hier oben Gucken wir mal Haben wir es doch geschafft Ist doch alles in Ordnung Hahaha So Uh, wir haben Punkte dazu bekommen Hm Das ist nett Das ist ganz nett Aha Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein Unglaublich Okay Mal hier schauen, Freunde Was haben wir da drinnen? Schon vergessen, welches Grab das hier war Oh, da schöne Sachen Ja, nimm's dir Danke So, guck mal hier Grab der Unwürdigen gemeistert Ja Das Grab der Unwürdigen Ich bin so unwürdig So, gibt es hier noch irgendwas zu holen? Mal wie gesagt Ich will ja hier gucken Dass ich hier alles so weit mitnehmen Was ich brauchen kann Ja Ja, klar Hopp mal auf So Zack Wollen wir mal hier unten gucken Ob wir hier unten auch irgendwas haben Was wir eventuell noch mitnehmen können Ja Okidoki Hier scheint nichts mehr zu sein Alles klar Freunde, dann gehen wir wieder raus Ha Wir haben das Grab der Unwürdigen gemeistert Cool Freunde, das ist doch nett Nett, nett So So mal gucken Jetzt haben wir wieder einen Fähigkeitspunkt Yay Cool Warte mal Dann können wir doch direkt mal gucken So Warte mal Da war ich hier doch Ah Hier, guck Hm Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet Hallo Äh Was denn Kaufen sie drei weitere Fähigkeiten Um Rang 3 freizuschalten Och man, du bist doch ein Arsch Hahaha Okay, muss ich erst das hier machen Okay, warte Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge Okay Warte mal, was gibt's noch Ich guck erstmal, was Ob es da noch was gibt Was mir noch helfen könnte Okay, warte Wir haben hier schmutzige Tricks Axt-Hiebe Okay Axt-Experte Versetzen sie Feinde mit ihrer Kletter-Axt einen tödlichen Hieb Okay Ausweichkontor Okay Okay, warte mal Dann würde ich doch sagen Schmutzige Tricks Okay, warte mal Dann mach ich noch das hier Jawohl So, zack Alles klärchen Sehr schön Oh, dann muss ich erst da noch ein paar Punkte sammeln Oh, das ist doch mal ätzend Das ist doch mal richtig ätzend Aber warum denn? Oh Ich kenne mal auch noch was Nö Alles klar Freunde, wir gehen wieder raus Wir gehen nochmal wieder raus Wo waren wir jetzt her eigentlich gewesen? Ich weiß es gar nicht Wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Lagerfeuer Ah, ich weiß wieder wo wir waren Alles klar Ich weiß es wieder Ich weiß es wieder So Gehen wir mal schnell wieder raus So Alles klar So Jetzt Muss ich mal hier kurz gucken Okay 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 Das ist halt das Problem, Freunde Ich würde halt wirklich gerne Sehen Dass ich das da irgendwie hinbekomme Oh Guck mal Da Da ist noch ein Geo-Cage Aha Aha Ja Und da ist auch noch ein Geo-Cage Das ist doch ein Geo-Cage, oder? Ha Oder was ist das? Was ist denn das? Dokument ist da noch Hm Okay Freunde, wir müssen mal ganz genau gucken jetzt Die Sachen, die werde ich mir auf jeden Fall noch holen So Einmal wieder raus Ach stimmt Hier oben waren wir Ja Oh, ich erinnere mich So Da Geo-Cage Dankeschön Dankeschön Da hätte ich das jetzt beinahe vermasselt, Freunde Aber nur beinahe So Okay Diesen Geo-Cage habe ich jetzt So Da waren wir drin Da war der Geo-Cage Alles klar So Jetzt haben wir ja Wo war noch einer gewesen? Hier Da oben ist noch einer Da ist noch ein Dokument Wie komme ich da jetzt am besten hin? Indem ich da nach oben gehe Ne? Okay Das wäre hier Das wäre da oben Da oben muss ich hin Okay Gehen wir doch mal nach da oben Habe ich doch überhaupt kein Problem damit So Uh, warte mal Da oben ist auch noch was Warte Blup Oh, jetzt liegt das da Okay Alles klar Kein Problem Kein Problem So Einmal bitte schnell hier hoch Oh, sind die jetzt schon wieder da, oder was? Weg Wo denn? Ach, da oben Ach, was wollt ihr denn jetzt, ha? Da oben ist ja noch einer Weg 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 Hab ihr sie alle? Uh, da hängt noch was Ey So nicht, ja Weg Weg Ich glaube dafür reichen die normalen Pfeile, oder? Denke ich mir mal So Gehen wir mal ganz schnell das Zeug wieder mitnehmen Was hier so rumliegen lässt Uh, ein Hühnchen Ach, Hähnl Dankeschön Cool So, Moment Ähm, okay Das hab ich Warte Mal gucken Äh, darüber So Hab dich Dankeschön So, Bergungsgut kommt immer gut So Okay Okay, 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 okay Wo war noch jemand? Okay, hier nicht So So Was haben die denn jetzt alle? Ha Komm Komm So, warte Hier Ach, ist egal Ich will eigentlich das Dokument haben, Freunde Ich will doch eigentlich nur das Dokument Aber wie komme ich jetzt da oben hin? Ha Wie komme ich jetzt da oben hin? Ähm 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 Das ist eine gute Frage Wie kommt man jetzt da oben hin? Ähm 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 Oh, warte mal Hier ist der Durchgang Aber wie komme ich dorthin? Das ist jetzt die Frage Da werde ich wahrscheinlich doch wieder ein Lagerfeuer brauchen, ne? Warte mal Ich gucke mal kurz auf die Karte So, wo war denn das gewesen? Ach, ich bin ja hier komplett falsch, ne? Oh Bin ja hier komplett falsch Ich muss ja da drüben hin Ha 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 So Okay, warte mal Ich muss mal hier kurz gucken Da ist ein Lagerfeuer Okay Warte mal Und da oben ist kein Lagerfeuer Also ich muss von hier Nach da drüben Okay, dann müsste ich da hin Richtig? Richtig Okay Ist das dann dort? Warte mal Ich gucke mal da rüber Lalalalalala Okay, das wäre dort Aha Dort müsste ich hin Okay Verstanden So Das heißt, wir müssen hier wieder runter So Einmal ins kalte Nasse, bitte Nein Wer war? Warum nicht? Ha Warum nicht? Okay Ah, warte mal Wir können hier runter gehen So Oh Aua Das hat weh getan Ja, ich weiß Entschuldigung 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 So Das heißt Wir müssten jetzt Nämlich dann Irgendwo hier hoch Hallo Bild Ach nee, oder? Oh Lera Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Hahaha Guck dir das mal an Guck dir das mal an Das gibt's doch nicht Das kannst du auch nicht machen Oh, Freunde Guck mal Voll der Back drinnen Yay Cool Wer soll sich denn so zurechtfinden? Oh wei Okay Okay, wir müssen einmal so auf die Weise speichern, Freunde Dann mach ich mal schnell ne Relog Boas I Dein Dein I I I I I I I I I So, Freunde, scheint wieder zu stimmen, oder? Okay, warte mal, ich gucke jetzt noch mal. Das Grab war doch jetzt fertig, oder? Das muss ich jetzt nicht noch mal machen, oder? So, okay, das habe ich. Das habe ich, okay, das hier habe ich auch. So, da war noch das Dokument. Und da ist noch ein Dokument, das brauchen wir. Okay, warte mal, wo war ich gewesen? Wo ist mein Pfeil? Da ist mein Pfeil. Okay, ich muss hier hoch. So, ich muss, warte mal, hier und dort. Jetzt muss ich mal gucken, Freunde. Muss ich mal gucken. Ich muss da oben hin, ne? Da oben ist das, oder? Nein, nicht da oben. Ist da oben. Irgendwo da oben ist es. Aha. Okay, warte mal, jetzt müsste ich erst mal sehen, dass ich da hochkomme. Okay, dann gehen wir erst mal dorthin. Um zu sehen, ob ich da irgendwie nach oben komme. So, noch jemand? Die kommen ja alle sozusagen von vorne. Das ist unfair. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Alles klar. Sehr schön. So. Das bedeutet, ich müsste doch jetzt sehen, dass ich hier von diesem Ding da rüberkomme, ne? Jetzt ist nur die Frage. Kann ich von diesem Ding da... ...irgendwie da hoch? Geht das? Ich versuch's einfach. Ich hab schon wieder total vergessen, wie ich da rübergekommen bin. Ja. So. So geht das. Aha. So läuft das, Freunde. Ja, ja, ja. Da oben. Da muss ich hin. Da ist ein Dokument. Wie's aussieht. Back. So. Wo geht das hin? Das geht hier hin. Okay, aber da komm ich jetzt so nicht drauf, ne? Doch, da komm ich drauf. Ich will da drauf. Und ich komm da drauf, wenn ich da drauf hab. Oh, okay. Hier, Freunde, das gibt's doch nicht hier. Guck mal. So. Hör mal auf hier. Hör mal auf. So. Da. Aha. Siehste. Geht alles. Geht alles. So. Da müsste noch ein Dokument sein, Freunde. Und das hol ich mir jetzt. So. Dankeschön. So. Das hab ich hier vergessen, ne? Hier bin ich richtig. Alles klar. Ah, stimmt ja. Das waren die Dinger, die noch zu waren. Hm. Da. Da war nämlich dieses, äh, Dings da. Dieses Teil da. Oh, pass mal auf. Oh, weg. Weg. Und? Und? Königin, wie ich nun hier stehe, leiste ich euch diesen Treueschwur. Als erste Sturmwache und General eurer Armeen werde ich euch vorbehaltlos dienen und das Land Yamatai sowie alle eure Untertanen beschützen. Ich werde den Rest meiner Tage an eurer Seite stehen und meinen Posten nur auf euren Befehl verlassen. Sollte ich in meinen Pflichten scheitern, ist mein Leben verwirkt. Mein Herz schlägt auf eure Anweisung. Ich atme, wie es euch gefällt. Von diesem Moment an unterstehe ich einzig euch. Da ist aber jemand treu, hä? Okay. Alles klar. So, das habe ich. Das habe ich. Sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir an das andere rankommen. Oh, Moment. 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 Das ist das Coole. Über die Seil rutschen. Da kommen wir auch ganz schön weit. So. Wo ist das andere? Da war noch ein Dokument. Das habe ich jetzt. So. Was fehlt uns noch? Hier war noch da. Da ist auch noch ein Dokument. Da müssen wir auch noch hin. Okay. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Brauche ich jetzt ein Lagerfeuer? Brauche ich jetzt ein Lagerfeuer für Schnellreise? Oh. Zack. So. Dann suchen wir uns mal ganz schnell eins, oder? Jetzt bin ich hier. Alles klar. Sehr schön. So. Da auch. Die kann ich nicht mitnehmen. Alles klar. So. Warte mal. Dann gehen wir wieder hier runter. Gehen wir dort an das Lagerfeuer. Und dann gucken wir mal, ob wir dort hinkommen. Ja. Damit ich dort das mitnehmen kann. Aber wenn dort ein Lagerfeuer ist und dort direkt das Dokument. Warum habe ich das nicht gesehen? Warum habe ich das nicht gesehen? Nein. Okay. Warte mal. Warum habe ich das da nicht gesehen? Okay. Zum Schluss war ich dann hier gewesen. Alles klar. Moment. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Okay. Dorthin. Oh. Da ist noch ein Geocage. Okay. Wir gehen erstmal dorthin. Und vielleicht kommen wir ja irgendwie da rüber. So. Kommen wir mal. Erstmal hole ich mir den Geocage. So. Wo soll er denn sein? Ha. Genau da. Ah. Genau da soll er irgendwo sein. So. Da ist er. Guck. Den habe ich nicht mitgenommen. Aha. So kommt es raus. Okay. Alles klar. Dann habe ich den nämlich auch. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Okay. Da war ich ja überall gewesen. Okay. Warte mal. Ich gucke jetzt nochmal. Wie wir dort in die Nähe kommen. Von dem Dings. So. Also Freunde. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. In der nächsten Folge machen wir dann auf jeden Fall erstmal weiter. Äh. Äh. Im Story Bereich. So. Okay. Dann dahin. Dann dahin. Okay. Dann gehe ich mal hier hin zurück. Und dann müsste ich mal gucken. Ob ich irgendwie dorthin komme. Okay. 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 Erstmal dahin. Erstmal schauen. Ob ich da irgendwie hochkomme. Das ist halt blöd. Wenn man halt erst im Nachhinein dann alles sieht. Und dann mitnehmen kann. So. Nochmal auf die Karte gelunzt. So. Da oben muss ich hin. So. Das heißt. Ich müsste dann hier oben hin. Irgendwie müsste ich nach hier hin. Okay. Wenn ich jetzt da nochmal hochgehen würde. Könnte ich auch nach dort. Oder? Oder? Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Gibt es hier nicht noch? Hier gibt es kein Lagerfeuer. Hier gibt es echt kein Lagerfeuer. Tageslager. Toll. Echt toll. Okay. Warte mal. Hier oben war das Grab. Das hatten wir ja gemacht. Das hatten wir gemacht. Okay. So. Wenn ich jetzt das hier hoch... Dann mal. Wenn ich hier hochgehe. Und da und dann darüber... Könnte ich doch theoretischerweise irgendwie hier rüber kommen. Oder? Das könnte doch funktionieren. Oh. Oh. Okay. Warte mal. Lager. 4 von 5. Hab ich nur. Okay. Dann Dokumente. Dokumente. 6 von 7. Reliquien. 6 von 6. Geocatch. Nur 10 von 15. Durchsuchte Gräber. 1 von 2. Hä? Alles. Warte mal. Hier oben. Echt jetzt? Erleuchtung. 9 von 10. Eier Wilderin. Oh. Echt jetzt? Oh. Aber ich hab doch schon eine Erleuchtung. Hatte ich doch schon erledigt, oder? Oder hatte ich es noch nicht erledigt? Komm. Aha. Ja. Juppela. Oh. Daneben. Okay. Das hat nicht funktioniert. Oh. Da ist ja noch was drin. Aber da. Oh. Yeah. Ähm. Hallo. Jeder bitte mal dran. So. Dankeschön. So. Das kann ich nicht mitnehmen. Alles klar. Okay, Freunde. Wir nehmen den umständlichen Weg. Um zu sehen, ob wir da irgendwie hinkommen. Weißt, ich geh wahrscheinlich jetzt erstmal hier hoch, ne? So. Gehen wir erstmal hier hoch. Alles klar. So. Dann gehen wir hier. Dann hier hoch. Dann da rüber. So. Dann sind wir hier. Jetzt muss ich gucken, wie ich weiter nach oben komme. Dann bin ich nämlich, warte mal, da ist nämlich dann dieser Durchgang. Da oben war das gewesen. So. Das heißt, ich müsste da und da. Okay. Alles klar. Warte mal. Ich guck mal kurz auf die Map drauf. So. Dann bin ich nämlich hier. Okay. Wenn ich jetzt da hochkommen würde, dann könnte ich doch dann, warte mal, hier. Zack. Da rumlaufen. Und dann wäre ich doch hier. Das würde doch funktionieren. Dann wäre ich doch dann hier drüben, oder? Dann wäre ich doch hier drüben. Dann wäre ich doch hier drüben. Okay. Okay. Aha. Okay. Dann müsste ich doch da runter. Nochmal da in die Hütte und dann hier nach oben. Ah, Freunde. Jetzt weiß ich wie. Jetzt weiß ich wie. Jetzt weiß ich wie. Da. 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 So. Zack. So. Und zack. Nein. Ach, Lehrer, du bist doch doof. Du bist doch doof. Wir waren das hier gewesen. Warte mal, wo ist jetzt hier die Kletterkante? War die Kletterkante hier? So. So. Komm. Ach. Sie will sich einfach nicht wieder einhaken. Warum willst du das denn nicht? Ach, Lehrer. Darum mal. Mädel. So. Okay. Wir gehen nochmal da hoch. So. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert, was ich hier vorhabe. Das wäre halt das Coole, wenn man das immer gleich alles mitnehmen könnte. Das wäre richtig cool. Oh, Freund, das wird noch ein Spaß, wenn wir das hier wieder auf 100% machen. Ja, ich kann mich erinnern. Ich habe damals auch den Spaß gehabt. Was waren die jetzt? Ah. Wer denn? Was denn? Wo denn? Wer will denn was? Ja. Oh. Alles klar. So. Schön da hoch. Ist da irgendjemand irgendwo? Ich höre die immer wieder. Aber wo sind die? Keine Ahnung. So. Dann müsste ich doch irgendwie da rüber kommen. Ja. Dann müsste ich mir doch dort den Geo-Cage holen können. Theoretisch. Also so weit in der Theorie, Freunde. So. Weil, guck mal. Jetzt bin ich hier drüben. Ja. Jetzt bin ich hier drüben. So. Jetzt muss ich da rüber, ne? So. Dann finden wir doch hier irgendwo bestimmt jetzt den Geo-Cage. Wollen wir mal gucken. Da kommen wir doch bestimmt jetzt immer näher dran. Ja. Wir kommen da immer näher dran, Freunde. Guck. Und da drüben ist er dann. Ich möchte dich haben. Ich hole dich jetzt. Da-da-da-da-da-da-da. Hier ist jemand. Ey. Weg. Scheiße. Ich bin der Arzt. Weg. Scheiße. Ey. Ja, auf damit. Ich glaube euch geht's so gut. Sage mal. Ah, Mist. Du Versteckung. Ich hab die anvisiert. Wo kommt ihr denn her? Weg. Mann, 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 Mann. Da waren die aber schnell gewesen jetzt hier. Oh, dankeschön. So. Einmal jetzt hier runter. Woll. So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Okay, das wäre jetzt der Eingang zum Grab. Wir müssten aber hier rüben hin. Hier rüben müssen wir hin. Okay, alles. Alles klar. Jetzt sind wir hier. Alles klar. Okay. Und dann da drüben, Freunde. Da drüben. Aber wie komme ich jetzt dorthin? Oh. Oh. Das ist eine gute Frage. Wie komme ich nochmal da rüber? Ha? Also. Ah, nee, warte mal. Das ist da irgendwo, ne? Da? Oder da? Okay, warte mal. Wenn ich mich jetzt hier in diese Richtung drehe. Doch, das wäre da drüben. Ich müsste nochmal... Das geht doch, oder? Das geht doch. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. So, einmal hier rüber. So, zack. Alles klar. So, dann würde ich versuchen, jetzt hier rüber zu gehen. Warte. Hallo? Wenn ich das jetzt versuche... Warte mal, geht das? Braucht das hin? Nee, ne? Bin ich da überhaupt dann richtig? Nö, da bin ich nicht richtig. Da bin ich nicht richtig. Ich müsste, ich müsste, ich müsste... Wo ist denn das? Was ist da unten? Echt jetzt? Habe ich da wirklich tatsächlich irgendwo was vergessen? Okay, dann müsste ich jetzt da runter, ne? Ist da unten. Da unten, bei dem Lagerfeuer. Ah! Okidoki. So, und dann an das hier dran. So, und wo soll der hier sein? Wo soll hier was sein? Gott, willst du mich doch verorschen, oder? Hier ist doch nix. Hier ist doch nix. Okay, komm, wir machen mal schnell hier Aufrüstung. Ah! Das ist doch böse. Das ist doch richtig böse hier gerade. Der mag mich heute nicht. Warte mal, polierter Bolzen. Machen wir jetzt hier. So. Das ist gepolstert gegriffen. Polierter Bolzen. So. Dankeschön. Dann habe ich schon mal das hier. So, dann ist die nämlich auch schon mal aufgewertet. Ja. Habe ich hier noch was vergessen? Nein. Habe ich hier was vergessen? Okay. Alles klar. 450. 300. So. Habe ich dann auch gemacht. Sehr schön. Okidoki. So. Okay. Aber wo soll das jetzt hier sein? Ich kann mir nur vorstellen, dass es dann da drüber ist, oder? Wo könnte das jetzt sein? Dann wahrscheinlich. Da ist nämlich noch irgendwo eine Hütte. Gucke ich mir jetzt mal hier. Oh. Kurz an. Da noch irgendwo eine Hütte da drüber? Da ist eine Hütte. Ist das die da? Habe ich dort was vergessen? Echt jetzt? Oh. Da kriege ich doch schon wieder einen zu viel, Freunde. Da kriege ich doch echt schon wieder einen zu viel. Da muss ich da hoch. Diese Hütte war das gewesen. Oh. Okay, Freunde. Entschuldigt. Ist jetzt heute sehr viel Zeit draufgegangen dafür. Ja. Aber wie gesagt. Wenn wir das in der nächsten Folge dann geholt haben, ja, dann werden wir auf jeden Fall hergehen und werden dann schauen, dass wir auf jeden Fall dann in der Story dann weitermachen. Ja. Wir müssen halt sehen, dass wir ein paar Punkte bekommen, damit alles aufgedeckt wird. Ich will halt unbedingt die 100% wieder haben. Ja. Ich will die 100%. Freunde. Okay. Dann wie gesagt, nochmal Entschuldigung. Ja. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Denkt daran. Schaut mal an die Endcard, wie das da verlinkt. Ja, ja. Freunde. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.